Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, schön, dass du wieder da bist. Wo waren wir im Teil 1 stehen geblieben? Die zweite Welle, die ja viele befürchten, oder sind diese Infektionsgeschehnisse, wie es so schön heißt, in Gütersloh und in Bahndorf, regionale Ereignisse, die wir in den Griff bekommen. Moment, Moment. Thema Afrika. War nicht der Robert Koch damals schon in Afrika, um Impfstoffe auszuprobieren? Wirf mit mir einen Blick auf Afrika. Südafrikaner protestieren gegen Impfstofftests. Wir glauben, dass sie Schwache manipulieren, sagt Organisatorin Fapano Fascha, der Associated Press. Die Menschen, die als Freiwillige für die Impfung ausgewählt wurden, sehen aus, als kämen sie aus armen Verhältnissen und seien nicht gebildet genug, um es zu begreifen. Der Test mit etwa 2000 Freiwilligen in Südafrika begann vergangene Woche in Johannesburg. CureVac darf an Menschen testen. Eine solche Studie sei in Deutschland derzeit aber kaum durchführbar, weil das Infektionsgeschehen zu gering sei. Deshalb sei CureVac für die Phase 3 bereits mit Studienzentren in Afrika und in Brasilien im Gespräch. Robert Koch nahm schwerste Nebenwirkungen in Kauf. Seine Experimente an einheimischen Kranken im kolonialen Afrika sind nur mit rücksichtslosem Rassismus zu erklären, der berühmte Forscher und die Menschenexperimente. Hier sehen wir Deutsch-Ostafrika, das heutige Tansania, direkt neben Kongo, also da wo Jens Spahn war. Bei uns zu Hause ist nun schon so gründlich aufgearbeitet und die Konkurrenz eine so gewaltige, dass es sich wirklich nicht mehr lohnt dort zu forschen. Hier draußen aber liegt noch das Gold der Wissenschaft auf der Straße. Dazu testete er das arsenhaltige Mittel Atoxyl in hoher Dosierung stark giftig, wie man wusste. Koch experimentierte am Viktoriasee mit deutlich höheren Dosen, als in anderen Tests etwa in Berlin eingesetzt wurden. Die schweren Nebenwirkungen nahm er offenbar billigend in Kauf. Sie waren nicht nur äußerst schmerzhaft, sondern führten auch zur Erblindung von Patienten und bei einigen sogar zum Tod. Paul Ehrlich Seit 1906 untersuchte Ehrlich intensiv Atoxyl von den Vereinigten Chemischen Werken. Wir kamen von Afrika. Dort hat Robert Koch Atoxyl ausprobiert. Das kam von Paul Ehrlich. Und das kam von den Vereinigten Chemischen Werken. Der Großaktionär war damals die Schering AG, 2000 integriert in den Pfizer-Konzern. Die Schering AG In den 1970er Jahren wurden einige Fälle bekannt, in denen Kinder mit Fehlbildung geboren wurden. Allein in Deutschland hat es dazu 1000 Fälle gegeben. In Großbritannien wurde das Mittel schnell verboten, in Deutschland damals nicht. Pfizer wurde wegen Versuchen an Kindern verklagt. Oh, hier ist schon wieder ein schwarzes Kind. Die haben ohne jede Genehmigung das Antibiotikum Trovan ausprobiert an rund 100 Kindern und Säuglingen. Fünf Kinder starben. Sechs Kinder starben, nachdem sie ein anderes Mittel bekommen hatten. Einige Kinder erlitten während des Tests Hirnschäden. Zurück zu Paul Ehrlich. Paul Ehrlich hat auf der Schule Albert Neisser kennengelernt. Albert Neisser war Sozialhygieniker. Sozialhygiene ist die Bezeichnung für eine öffentliche Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsprävention, die sich vornehmlich auf Zusammenhänge zwischen Gesundheit, Krankheit und den sozialen Lebensbedingungen beruft und vor diesem Hintergrund vorbeugend und heilend wirken will. Das klingt doch soweit sehr gut. Arthur Xyl, Paul Ehrlich, sein Schulkamerad war Albert Neisser. Und der betreibt die Sozialhygiene. Sozialhygiene oder soziale Hygiene wurden 1871-1872 von Max von Pettenkofer eingeführt. Er dient als Gegenentwurf der monokausalen Erklärung der Infektionskrankheiten. Pettenkofer nahm an, dass die Mikroben nur eine Komponente darstellen. Daneben sei auch eine Vielzahl von gesellschaftlichen Einflüssen wie Hygiene, Bevölkerungsdichte, Ernährung und viele andere für den Ausbruch und Verlauf einer Infektionskrankheit ausschlaggebend. Klingt sehr intelligent, finde ich. Max von Pettenkofer war Mitglied bei den Leopoldiner. Gegen Ende seines Lebens geriet er aber zunehmend ins wissenschaftliche Abseits, weil er in der Cholera-Forschung die bakteriologischen Erkenntnisse Robert Kochs nicht anerkennen wollte. Er geriet ins wissenschaftliche Abseits. Er hat was gegen Robert Koch gesagt. Gegen das, was das Robert-Koch-Institut gesagt hat. Ist ein bisschen wie heute, ne? Und ein bisschen wie Wodak. Bei der Schweinegrippe war er noch der Held, ist er auch immer noch für mich. Aber jetzt sagt er was, was gegen das, was das Robert-Koch-Institut sagt ist und zack im wissenschaftlichen Abseits. Unter den von der Cholera Befallenen war auch Max Josef von Pettenkofer. Auf dem Krankenbett entschloss er sich im Falle seiner Genesung die Seuche mit allen Mitteln zu erforschen und zu bekämpfen. Nachdem Pettenkofer die Krankheit überstanden hatte, sprach er mit englischen Ärztinnen über ihre Erfahrungen in Indien und unternahm Studienreisen nach Lyon, Marseille, Gibraltar und Malta. Dabei erkannte er, dass Epidemien wie die Cholera in engen Zusammenhang mit den örtlichen hygienischen Verhältnissen standen. Nach München zurückgekehrt widmete sich Max Josef von Pettenkofer intensiv der Epidemiologie, also der Entstehung, Verbreitung und Bekämpfung sowie den sozialen Folgen zeittypischer Massenerkrankungen wie der Cholera und Typhus. Dabei führte er die seither in der Epidemiologie unabdingbare Ortsbesichtigung und gründliche statistische Erfassung und Auswertung des Seuchengeschehens ein. Pettenkofers experimentelle Untersuchungen zur Bodenverunreinigung, Kanalisation, Wasserqualität, häuslichen Hygiene usw. von München und deren Bewohnern veranlassten die Behörden zu entsprechenden hygienischen bzw. sanitären Maßnahmen, die sich insgesamt erfolgreich auswirkten. München bildete den Ausgangspunkt einer regelrechten Hygienebewegung und die von Pettenkofer vorgeschlagenen Maßnahmen wurden in weiteren Städten eingeführt, sodass auch hier die allgemeine Seuchengefahr spürbar sank. Was hat der Mann gemacht? Er hat vehement dafür gesorgt, dass Trinkwasserleitungen eingerichtet wurden und dass eine Kanalisation gebaut wurde in München. Der Mann hat richtig Leben gerettet dadurch und er hat etwas getan, was für alle gut war. Nun gut, er hat jetzt keine Medizin verkauft, aber er war, was Gesundheit angeht, sehr, sehr erfolgreich. Was steht in seiner deutschen Biografie? Dass er 1892 in einem spektakulären Selbstversuch eine hochinfektiöse Vibrionenkultur schluckte, ohne zu erkranken. Pettenkofer wurde von Zeitgenossen als warmherzige, humorvolle und gelegentlich melancholische Persönlichkeit beschrieben. Hier steht, er erkrankte gar nicht. Bei Wikipedia stand, er erkrankte nicht schwer. Dass er hier als warmherzig, humorvoll und gelegentlich melancholisch beschrieben wird, macht ihn total sympathisch, finde ich. Was steht bei On Media noch über den Versuch? In dessen Verlauf Pettenkofer am 7. Oktober 1892 eine ganze Kultur von Cholera-Bakterien trank, ohne Schaden zu nehmen. Der 1883 von Koch entdeckte Cholera-Erreger war somit für Pettenkofer keineswegs der entscheidende Faktor einer Cholera-Entkrankung. Was steht in der englischsprachigen Wikipedia? Im Laufe seiner Karriere stand er aufgrund seiner Position als starker Befürworter der öffentlichen Gesundheit zeitweise in Konflikt mit seinen Zeitgenossen, vor allem mit Robert Koch. Während seiner Laufbahn identifizierte und isolierte Koch eine große Anzahl von Bakterienstämmen und war ein Verfechter der Theorie, dass diese Keime die Hauptursache von Krankheiten seien. Diese stellte ihn in Widerspruch zu Pettenkofers breiterem Ansatz zur Krankheit, der neben der Aktivität des Krankheitskeims viele andere Umweltfaktoren einbezog. Die beiden Wissenschaftler gerieten vor allem beim Thema Cholera in Konflikt. In einem konkreten Fall erhielt Pettenkofer von Robert Koch den Befürworter der Theorie, dass Bakterien die alleinige Ursache der Krankheit seien, Bouillon, mit einer großen Dosis Bakteriums Vibrocholerae. Er verzehrte die Bouillon im Selbstversuch in Anwesenheit mehrerer Zeugen am 7. Oktober 1892. Er nahm auch Natriumkarbonat zur Neutralisierung seiner Magensäure ein, um einer Andeutung Kochs entgegenzuwirken, dass die Säure die Bakterien abtöten könnten. Pettenkofer litt fast eine Woche lang an leichten Symptomen, behauptete aber, dass diese nicht mit Cholera in Verbindung gebracht wurden. Die moderne Sichtweise, wir beachten, die moderne Sichtweise ist, dass er tatsächlich Cholera hatte, aber er hatte das Glück, nur einen leichten Fall zu haben und er hatte möglicherweise eine gewisse Immunität gegen eine frühere Form. Und jetzt die Meldung vom Bayerischen Rundfunk. Die haben wahrscheinlich einen Faktenchecker, die wissen es jetzt genau. Hört mal genau hin. Mit der Entdeckung des Cholera-Erregers, dem Koma-Bazillus durch Robert Koch im Jahr 1883, wird der Irrglaube, Irrglaube Pettenkofers offensichtlich. Er überlebt, trotz der falschen These. Warum, ist allerdings unklar. Zwei Theorien kursieren hierzu. Entweder war Pettenkofer schon als Kind mit Cholera-Erregern in Kontakt gekommen und deshalb immun gegen die Erreger, oder einer seiner Studenten hatte die Kultur der Cholera-Erreger vorher aus Vorsicht abgekocht. Das sind ja mal Unterstellungen. Und hätten Sie ein bisschen geforscht, die netten Herren vom Bayerischen Rundfunk, dann wüssten Sie ja, dass er schon, als er ein bisschen älter war, als nur ein Kind, sich mit Cholera angesteckt hatte. Zurück zu Albert Neisser. Albert Neisser verursachte einen der ersten deutschen Medizinskandale, in dem er 1892 bei einem Menschenversuch Krankenhauspatientinnen mit Syphilis infizierte. Dies tat er bei acht Frauen bzw. Mädchen, das jüngste von ihnen zehn Jahre alt. Albert Neissers Lehrer waren der Internist Anton Birmer sowie Rudolf Heidenhain, Julius Kohnheim oder Karl Warheigerd. Schau dir mit mir die Lehre an. Rudolf Heidenhain. Er hat eine Cotinius-Medaille der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina bekommen. 1884. Und die Bailey-Medaille des Royal College of Physicians. Dieses Royal College. Es diente von Anfang an dem Zweck, gegen nicht qualifizierte Mediziner, wozu damals zum Beispiel auch Apotheker zählten, vorzugehen. Nur noch welchen Kriterien? Der nächste Lehrer. Julius Friedrich Kohnheim. Er war Schüler von Rudolf Virchow. Und Rudolf Virchow war Mitglied bei den Leopoldina. Rudolf Virchow hat auch die Cotinius-Medaille der Leopoldina bekommen. Er war außerdem noch Mitglied in den American Academy of Arts and Sciences und der Royal Society. Zurück zu Julius Friedrich Kohnheim. Er hatte Studienaufenthalte in dem Institut von Karl Ludwig in Leipzig. Karl Friedrich Wilhelm Ludwig war Mitglied der Leopoldina. Und er war Ehrenmitglied der Royal Society of Edinburgh. Außerdem gehörte er zu der American Academy of Arts and Sciences und der National Academy of Sciences. 1874 wurde Karl Weigert Assistent bei Julius Friedrich Kohnheim. 1878 folgte er Kohnheim nach Leipzig. Zurück zu Paul Ehrlich. Über seine Mutter Rosa war Paul Ehrlich mit dem Breslauer Pathologen Karl Weigert verwandt. Von 1886 bis 1870 war Weigert Assistent bei Heinrich Wilhelm Waldeyer. Und Wilhelm von Waldeyer Harz war Mitglied bei der Leopoldina. Dieser hat bei dem Anatom Karl Burgoslaus Reichert promoviert. Und Karl Burgoslaus Reichert war Mitglied bei der Leopoldina. Zurück zu Paul Ehrlich. Er wirkte entscheidend an der Entwicklung des Heilserums gegen Diphterie mit, die üblicherweise Emil von Bering alleine zugeschrieben würde. Emil von Bering. Emil Adolf Bering ab 1901 von Bering. Er war Begründer der passiven antitoxischen Schutzimpfung Blutserumtherapie. Die Farbwerke Höchst wurden auf ihn aufmerksam und gewannen ihn für eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Im August 1894 begann die Produktion in Frankfurt Höchst. Im November desselben Jahres wurde eine Serumproduktionsstätte mit zunächst 57 Pferden unter Anwesenheit von Bering und Robert Koch in Höchst eingeweiht. Bis zum Ende des Jahres wurden bereits über 75.000 Währungsfläschchen versandt. Im Betriebsjahr 1895 betrug der Netto-Reingewinn 706.770 Mark. Das entspricht in etwa 12,9 Millionen Euro. Die Beringwerke OHG. Der Betrieb wurde mit anfänglich zehn Mitarbeitern aufgenommen. Ein rasantes Wachstum des Unternehmens bedingte 1914 die Umwandlung des Beringwerkes in die Beringwerke-Gesellschaft MbH. Heute sind die Beringwerke ein bedeutender Biotechnologieverbund. Unter der Leitung von Albert Demnitz beteiligten sich die Beringwerke als Teil der IG Farbenindustrie ab 1942 in Zusammenarbeit mit dem Hygieneinstitut der Waffen-SS an Fleckfieberversuchen an Häftlingen im KZ Buchenwald. Nach der Auflösung der IG Farbenindustrie wurden die Beringwerke 1952 Teil der Höchst AG. 1967 kam es zum Ausbruch eines neuartigen Virus in den Laboren, das nach der Stadt Marburg Virus genannt wurde. Ab 1997 wurden die Beringwerke wie die gesamte Höchst AG in verschiedene Einzelfirmen aufgeteilt und verkauft oder fusioniert. Zum Beispiel an Glexus Smith Klein, Novartis oder Sanofi Aventis. Sanofi mit einem Umsatz von 36,1 Milliarden Euro im Jahr 2019. Sanofi Santelabo hat mit L'Oreal und Total zwei Großaktionäre. L'Oreal, ist das nicht der Kosmetikhersteller? Was fällt mir zu Kosmetik ein? Es gab einen Gesetzesentwurf, Kosmetik ohne Mikroplastik, dem Vorbild Schwedens folgend. Bei Democracy hatten 25.000 Menschen abgestimmt und 24.184 davon haben sich für diesen Gesetzesentwurf ausgesprochen. Kosmetik ohne Mikroplastik. Die Lösung war dann die Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, CSU, SPD und FDP. Der Standort Frankfurt Höchst ist der größte integrierte Einzelstandort. In Höchst wird unter anderem das Insulinpräparat Insulinglagin, Lantus, hergestellt, das 2014 auf Platz 5 der weltweit umsatzstärksten Medikamente lag. Was ist das? Das EU-Parlament stoppt Lebensmittelampel. Das war doch die Kennzeichnung für Lebensmittel, an der man erkennen kann, wie viel ungesunde Sachen da drin sind. Oder? Was ist das? Die Zuckersteuer wurde in Deutschland im Hinblick auf den EG-Binnenmarkt zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen zum 1. Januar 1993 abgeschafft. Aber macht Zucker nicht auch krank? Ah, Ausbreitung chronischer Krankheiten wie Fettleibigkeit und Diabetes. Stellt Sanofi nicht ein Mittel gegen Diabetes her? Zurück zu Emil von Bering. Er war Mitglied der American Academy of Arts and Sciences. Hier sehen wir Bering mit seinem Kollegen bei der Arbeit mit gefährlichen Viren. Er hält den Mindestabstand ein und trägt seine damalig übliche Schutzkleidung. Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, was haben wir gesehen? Wir kamen von Afrika und haben gelernt, was Robert Koch dort getan hat, nämlich ein Medikament ausprobieren. Zusammen mit Paul Ehrlich, von ihm kam der Auftrag. Unserem Schulkameraden Albert Neisser, der hatte zwar noch Sozialhygiene gelernt, hat aber auch den ersten Medizinskandal verursacht. Max von Pettenkofer hat die Sozialhygiene definiert, aber mit der kann man leider kein Geld verdienen. Wir haben gelernt, wer der Lehrer, der Lehrer und der Lehrer von dem Lehrer war und wer von denen alles eine Verbindung zur Leopoldina hatte. Und wir haben gelernt, dass Emil von Bering ziemlich schlau war, indem er gleich ein eigenes Werk für Medikamente gebaut hat. Das Heilserum für die Diphtherie war wohl ein echter Glücksgriff und er war der Retter der Kinder. Paul Ehrlich hatte nicht so viel davon abbekommen. Diese Leute, Robert Koch, der nicht auf der Suche nach Gesundheit war, sondern nach etwas, was man gut verkaufen kann. Oder Paul Ehrlich, der schon von Anfang an mit der Industrie zusammenarbeitete. Oder Emil von Bering, der zwar ein sehr gutes Medikament geschaffen hat, aber direkt auch gleich an die finanziellen Möglichkeiten gedacht hat und diese erkannt hat. Hat bei mir den Eindruck erweckt, es geht nicht um Gesundheit. Und die Verbindungen, die ich hier zeige, die waren jetzt nur über Wikipedia gezeigt worden. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Wir haben gelernt, was die Basis der heutigen Gesundheitsindustrie ist. Sei auch bei Teil 3 dabei. Wir lernen mehrere Kochs kennen und schauen uns noch die Institute an. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.